Ich möchte das Gebet erst so sprechen, wie wir es gewohnt sind, und dann auch bitten aus eurem Kreis, so wie Joshua Immanuel selbst gesprochen hat, das heißt auf Griechisch und auf Aramäisch. Und leid uns, wie wir in Temptation sind, und leid uns von evil. Für thine ist der König, und die Power, und die Glorie, für immer. Absolute, infinite Beingness, God, everlasting Life, Love und Mercy, Manifest in yourself, in yourself, as your total Wisdom and your Almightyness in your Omnipresence. Enlighten our hearts to understand you as the Truth. Clean our hearts to reflect your love towards you and towards all other human beings. In Greek Und wie wir uns mit einta, eben uns. Wir sch Director, dieu und alles, den wir uns heaven signieren können, in einem Menschen in uns, das ein kannes Leben werden. Wir haben unser Selbst Appreciate. Untertitelung des ZDF, 2020 Amen. Amen.